Musik Mit der Startnummer 3, eine Springerin, die hier auch in Oberhof trainiert, sie startet für den PSV 1923 Bad Rhein-Walde, ein Wiener Holz. Musik Es folgt die Startnummer 40 für Slowenien, representing Slowenia, Taja Botlai. Musik Die Startnummer 34 als nächstes am Start für Slowenien, Katharina Pernova. Musik Für den Skiclub aus Willingen, die aktuell führende in der Continental Cup-Gesamtwertung, zusammen mit Juliane Seifert, Startnummer 37, Michelle Göbel. Musik Den Anfang macht die Startnummer 39, zweifache Team-Weltmeisterin für das deutsche Team, für den WSC 07 Bruder, Juliane Seifert. Musik Mit der Startnummer 3 kommen wir zum WSV 1923 Bad Rhein-Walde, Max Unglaube. Musik Und damit ist als nächstes wieder Österreich an der Reihe, die Startnummer 52, Nummer 52 von Austria, Julian Smit. Musik Es folgt die Startnummer 63, ich hoffe, da bleiben wir in Österreich, vom SV Innsbruck Bergkiesel, Jonas Schuster. Musik Musik Wir beginnen mit der Startnummer 66 für Österreich. Nummer 66 von Austria, Markus Rupitz. Musik 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 Die Startnummer 71, auch er startet für Österreich, springt für den Kitzbühler Skiclub, representing Austria, Maximilian, den Herrn. Musik 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 Für Österreich startet der nächste Springer, die Startnummer 58, auf dem Beifel von Simon Pascal, Pascal Karhofer, representing Austria. Musik Musik Startnummer 19 aus Polen, Nummer 19, representing Poland, Lehmannis Uramka. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020